Das war eine 69 übrigens. Ja, deswegen habe ich gesagt, das ist unser Lieblingslevel. Schön. Du hast recht. Also noch niedrige hätten sie es nicht machen können, ne? Es klingelt. Mach mal die Tür auf. Für dich. Wer ist es? Egal, Vertreter. Toll. Oh. So. Jetzt musst du es schaffen, da oben hinein zu gelangen. Versuch es, ja. Ich weiß, du kannst es tun. Ich weiß, du kannst es tun. Ja! Super. Ich hätte gedacht, dass diese Dinger dazu was Nütze sind. Ein bisschen Bratzeldinger da. Bratzel, Bratzel. Spritzel, Spratzel. Du hast ihn umgebracht. Nein. Ja, genau so. Oh, Warpzone. Kann schwingen. Das hätten wir jetzt auch so geschafft. Ach. Okay. Können Roboter sein. Ja, irgendwie schon. Aber die orangenen Blöcke gefallen mir. Das ist so eine schicke Farbe. Die gab es doch nicht sehr oft. Sehr oft, nicht oft. Sehr verhofft. Sehr unverhofft. Verhofft und oft. Nein. Mann. Sehr gut. Ja, genau. Da oben hoch. Wow. What? Nein. Was? Ich habe den noch erwischt. Oh, Mann. Du möchtest hier keine goldene. Nein, den will ich nicht haben. Oh. Das musste ich tun. Sonst hätte ich ihn nicht mehr erreicht. Oh. Bong, 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 bong. Ja. Nein! Wir haben ja gerade nicht über was wir reden können! Large! Größer geworden! Paddle Enlargement Pils! Sehr schön! Super! Jetzt hol dir das Laser-Ding! Oh, sehr gut! Wunderbar! Jawoll! Der hätte immer früher kommen sollen! Das sieht aber schön bunt aus! Sehr schöne Farbe! Ich hab das jetzt direkt daneben! Schau mal, das Laser-Ding! Das hier nicht viel Nutzen hat! Genau, viel Nutzen hat! Aber ein bisschen Laser-Show kann ich ja machen! Piu! Das war natürlich jetzt schlecht, ne? Was sie jetzt... Ja, die Sachen... Nee, die richtigen Farben! Socke! Hier rüber! Toll! Zwei noch! Äh, drei! Ja, 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 ja! Das war schlecht! Das war schlecht! Genau! Ich glaube, so wird das nix! Da verschwindet! Da verschwindet der Hut! Das war ganz gut! Bam! Explodierende Planeten! Das war richtig! Ich kann ja manchmal mal... Das letzte Ding zu treffen... Das ist aber auch wieder so... Oh, wunderbar! Oh, wunderbar! Ja, du hast gesehen, wie ich das gemacht habe? Mit Absicht natürlich! Klar! Das ist so gemein. Das wollte eigentlich nicht so sein. Das dachte ich mir, dass du das nicht wolltest. Zumindest einmal war ich jetzt um. Der hat auch gleich einen Temp bombt. Wunderbar. Wie das Monster da oben trefft, das wäre ein ungeheurer Vorteil. Gott, war das ein schlechter Wurtwitz. Wurtwitz, hä? Ja, wegen Monstern ungeheuer. Na so, hab ich gar nicht mehr. Obla, das war keine Absicht. Kann er mal aufhören? Nö. Nö. Sag mal. Jetzt. Ah, du hast ihn. Das bringt mir aber nix. Na wunderbar. Das war doch gut. Na, oah. Ganz. Jetzt. Yay. Nertig. Oder auch, jai. Ja, jai. Oh Gott. Nee, jai. Das nicht. So eine ähnliche Karte hatten wir schon mal. Ja. Und die war auch bescheiden. Das kann durchaus sein. Das wird uns wieder Nerven kosten. Mein Gott. Du bist so schnell gewachsen. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du noch so klein. Das wäre könnte ich über dich sein. Ja. Ja. Oh Mann. Nein. Oh, gut. Der wird immer schneller. Das ist unglaublich. Laser bringt hier gar nichts. Der bringt hier auch nicht viel. Ich weiß. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Wenn da oben durchgegangen wäre. Allein, allein. Das ist aber nicht so gut. Meine Taktik beruht auf Taktik beruht auf Taktik beruht auf Taktischen Berechnungen. Ja. Was ist denn? Taktisch. 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 Taktisch didaktisch. Sag mal. Taktisch didaktisch. Zumindest beteiligt die hier. Taktisch didaktisch. Taktisch. 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 jaw ja yeah bevor es leutes handmade Ich bin so stolz von dir. Ich bin so stolz von dir. Nein! Hättest du nicht machen sollen! Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, ich helfe dir. Es sind also uns. Super, ich treffe den einzigen weißen Balken, der da ist. Schau mal, jetzt das Laser-Ding. Gold. Klingt mir nichts egal. Piu piu! Mega Ball! Flieg und Sieg! Eine Seite ist... Oh! Eine Seite ist... Oh! Ich hab den Satz nicht ganz verstanden. Kannst du bitte noch mal wiederholen, was du gesagt hast? Ja, die eine Seite ist fertig, wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Du hast so recht. An die Kante. Ach nee. Ja. Ich mag die Map nicht besonders, also das Level-Map, ja. Die Mappe. Jetzt müssen wir auch noch auf die andere Seite zurück, weil da so ein kleiner blöder Spacken gemeint, er müsste sich da zu so einem Block transformieren. Schau mal. Schau mal. Endlich. Na wunderbar. Jetzt rüber! Rüber! Und runter! Oh! Geil! Blödes Level. Solche sind immer blöd. Das gefällt mir nicht! Aber zumindest keine Gold. Denn alles, was nicht Gold ist, sollte machbar sein. Ja. Das Problem ist, dass er bei dem Silber dann immer so schnell wird. Siehst du das? Das fängt jetzt schon an. Sag mal, wieso bin ich gerade so langsam? Keine Ahnung. Drückst du die Tasse nicht? Doch. Na, jetzt. Wow. Wow! Guck dir mal an, wie schnell das Scheißding schon wird. Na toll, wir haben auch keine Leben mehr. Das heißt, wir sind gleich weg, wenn das so weitergeht. Ja, wir müssen uns konzentrieren. Ja! Nein! Nein! Das war aber gut. Ja, das bringt uns nichts. Wir müssen den Scheiß trotzdem noch mal machen. Doch. Das bringt uns was. Das ist ein gutes Gefühl, dass wir dieses Level schaffen können. Ohne hier, stundenlang. Fass, ey. Hey, du hast recht. Vielleicht solltest du Motivationstrainer werden. Ne. Kannst du die ganze Zeit die Leute motivieren. Sagen, seht es positiv, Jungs und Mädels. Wenn wir ein Foto rausholen. Das hab ich geheiratet. Ihr könnt es nur besser haben. Genau. Oh. Da war ich zu schnell. Über das Ziel hinaus. Geschossen. Hast du das gehört, ja? Ja, hab ich. Das war meine Zähne. Ja, warum machst du sowas? Weil ich es kann. Noch Fragen? Unprofessionell. Oh, das ist mir sowas von. Wumpe. Dann kann ich kein Geld damit machen. Genau. Wir verdienen ja kein Geld damit. Dann können wir auch Spaß dabei haben. Haben wir sowieso. Ich glaub nicht, dass wir es sonst gemacht hätten, wenn wir keinen Spaß dabei haben. Das sieht man schon an diesem Spiel. Ihr guckt sich das freiwillig an. Guckt doch keiner. Aber Hauptsache wir nehmen es erstmal auf. Es macht Spaß zu spielen irgendwie. Ich weiß nicht. Zu gucken könnte langweilig sein. Das gebe ich zu. Aber das Spiel macht richtig spannend. Richtig. Na gut. Alright. Oh ne. Oh ne. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Schade, da wäre reingegangen. Jetzt hast du ja das Sticky-Ding. Jetzt kannst du gucken. Das war gar nicht gut. Entschuldigung. Wie ich schon mal erwähnt habe, du gähnst. Das wollte grad sagen, das obligatorische gähnen wieder. Mach das doch mal richtig, bitte. Das Sticky-Ness eher, dass er hilfreich ist. Kannst du nicht mal die Route berechnen von dem Ding? Nein. Die Flugbahn? Das sieht man doch, wenn man Augenmaß hat. Ja! You did it! I'm proud of you. Krass jetzt. Wunderbar. Da ist ja eigentlich nur die Schwierigkeit gewesen, dass du mal nach oben reinkommen musst. Ah, jetzt kommt wieder der komische Schild. Ach, also wieder der Postkamp. Ja, genau. Das war eigentlich zum Glück nicht so schwer. Und dann kommt der letzte Spacko wieder bei Level 99. Ja, super. Ja, super. Ich hab schon Angst vor Level 88. Ja. Blum. Blum. Das ist tolles Geräusch. Oh. Nein! Oh! Oh Mann! Wann verkrümmelt er sich jetzt? Doch, das war so klar. Der ist auf dich allein gestellt. Aber der ist zum Glück ja nicht schwierig. Das kann sein. Was? Wieso ist der Ball gerade durch ihn durchgegangen? Kann der mal verrecken? Oh. Ja, das ist was eben. Die müssen ja jetzt nochmal reingelaufen. Also reingeflogen mit dem Ding. Mal was die machen. Ich hab das gar nicht gesehen. Muss ich gestehen. Weiß nicht, was machen die? Kann ich schweben? Ich fahre einfach nur runter. Sieht aus wie Glasscherben. Nein, ich meine unsere Bretter. Ja, die sind da und bewegen sich. Hin und her. Hin und her. Da bin ich nicht mehr weggekommen. Komm wieder! Nicht mehr weggekommen, bloß ich ja nicht mehr bewegt. Ich achte immer nicht darauf. Ich achte immer nur auf ihn. Und nicht auf seine komischen Geschosse. Ja, das ist ein Fehler. Bei den anderen Bossen ist das einfacher, finde ich. Da achte ich wenigstens drauf. Bei ihm achte ich nicht drauf. Ja, weil du dich nicht bewegst, die anderen Bosse. Also nicht großartig. Der eine wird fetter und der andere bewegt die Arme. Ja, dann schießen sie. Pew pew, Laser Gun. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wie schön. Gott glaubt.